Kollege Markus Frohnmaier, AfD-Fraktion. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau Baerbock, Sie haben gerade gesagt, Sie stehen an der Seite der Ukraine. Egal, was mit den Bürgern in Deutschland passiert, mit der neunjährigen Schülerin oder mit der Rentnerin. Ich sage Ihnen mal was, wir von der AfD, wir stehen an der Seite der deutschen Bevölkerung und wir machen Politik für deren Interessen. Mehr als die Hälfte der Ausgaben für das Auswärtige Amt dienen der Sicherung von Frieden und Stabilität. Aber kümmert sich Frau Baerbock auch um Frieden und Stabilität in der Ostsee? Als am 26. September sowohl Nord Stream 1 als auch Nord Stream 2 in die Luft gesprengt wurden, was haben Sie da gemacht? Ich erinnere mal daran, als ein paar Stücke ukrainische Raketentrümmer auf polnisches Gebiet niedergegangen sind und es auch leider zwei Tote gegeben hat, da war die gesamte NATO alarmiert. Die polnische Regierung hat sich sogar überlegt, ob sie die Vorstufe zum Bündnisfall ausruft. Baerbock hat noch am gleichen Abend per Twitter verlautbart, dass sie sich in enger Abstimmung mit den polnischen Verbündeten befindet. Aber was hat die Außenministerin gemacht, als es einen Angriff auf eine terroristische Sabotage gegen die Nord Stream Leitungen gab? Nichts. Sie haben nichts gemacht. Auch heute wissen wir immer noch nicht, dieses Haus weiß es noch nicht, was da eigentlich vorgefallen ist. Schweigen im Walde. Da war die Außenministerin, die sonst immer für Belehrungen gut ist, ganz still. Und mehr noch, bis heute hat die Regierung nichts unternommen, um weiter Aufklärung zu betreiben. 3,4 Milliarden Euro für Sicherung und Frieden und Stabilität. Und nichts, wenn einer der Eckpfeiler der deutschen Wirtschafts- und Energieversorgung in die Luft gespenkt wird. Die viertgrößte Volkswirtschaft auf der Erde, das haben Sie gerade selber auch bemerkt, die ist entweder unfähig. Das sehen wir dann, wenn Sie zum Beispiel Taucher an die Ostsee schicken, denen die notwendige Ausrüstung fehlen, um 70 Meter tief tauchen zu können und Aufklärung zu betreiben. Oder, das ist die andere Vermutung, die wir langsam haben, Sie wollen halt gar nicht aufklären. Weil wer immer Nord Stream 2 in die Luft gesprengt hat, der hat eigentlich Ihr grünes Parteiprogramm umgesetzt, Frau Baerbock. Sie haben Deutschland abhängig machen wollen von Flatterstrom und Wasserstoff. Und wissen Sie, das ist uns nicht in Gang. Da war eine ganz klammheimliche Freude des parlamentarischen Arms der letzten Generation, also Ihrer Partei der Grünen, als Nord Stream in die Luft geflogen ist. Und wenn ich mir Ihr Instagram-Account anschaue, Ihre Storys, immerhin tanzen Sie nicht, das ist schon mal was, dann scheinen Sie sich für alles Mögliche auf der Welt zu interessieren. Multikulti in Kanada, Feminismus in Afghanistan, Klimaschutz in Ägypten, Waffengeschenke an die Ukraine, Bekämpfung von Rechtsextremismus im Ausland, bei gleichzeitiger Streichung der dialogfördernden Auslandskulturarbeit. Nur deutsche Interessen, dazu wird man in den Instagram-Stories der Außenministerin nichts finden. Denn Ihre Außenpolitik verfährt nach dem Grundsatz, ich zitiere Sie wörtlich, egal was meine deutschen Wähler denken. Das ist wertebasierte feministische Außenpolitik, von der immer alle reden. Wir sagen, Schluss damit! Wenn die Ukraine von seinen Nachbarn angegriffen wird, dann gibt es eine Sanktionsorgie. Wenn Aserbaidschan Armenien bombardiert, dann gibt es keine Sanktionen. Im Gegenteil, dann machen Sie, Frau Baerbock, einen Gas-Deal, einen dicken Gas-Deal mit Baku. Wenn im Iran die Frauen das Kopftuch ablegen, dann freut sich diese Regierung. Wenn aber in Deutschland jemand etwas gegen Verschleierung sagt, dann klopft der Haldenwang an der Tür. Wenn der Russe bombt, dann rufen sie nach Den Haag. Wenn US-Präsident Obama, wir erinnern uns, hunderte von Menschen illegal mit Drohnen angreift und umbringt, dann darf er sich einen Friedensnobelpreis in die Vitrine stellen. Und ganz Werte bewegt haben damals die Grünen erklärt, Renate Künast und Jürgen Trittin, das sei ein Signal des Aufbruchs und eine Aufforderung zur Abrüstung. Ich glaube, Deutschland hat genug von dieser Doppelmoral, von dieser wertebasierten feministischen Außenpolitik. Wir sagen ganz klar, keine Einmischungen mehr in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten, Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber uns nicht in Abhängigkeiten begeben, Schutz deutscher Schlüsselindustrien vor ausländischen Übernahmen und Schluss, vor allem Schluss mit der arroganten und belehrenden grünen Außenpolitik, meine Damen und Herren. Und Sie müssen gar nicht so krönen. Hören Sie mal zu, dann lernen Sie was. Ich möchte, bevor ich der Kollege Michel Müttefeling das Wort ergreife, vielleicht Sitzungsleitend noch sagen. So einzelne Zwischenrufe sind sehr sinnvoll, belebende Debatte, aber eine Vielzahl von Zwischenrufen verwirren nicht nur die Stenografen, sondern auch das Präsidium. Auch wenn Emotionen hochkochen, auch wenn es manchmal wirklich schwer erträglich ist, bei allen Rednern ist das gelegentlich der Fall, wir sollten doch den Deutschen Bundestag zur Debatten. Also warum Sie jetzt gerade lachen, verstehe ich jetzt auch nicht. Verstehe ich jetzt auch nicht, aber noch einmal, der Deutsche Bundestag sollte schon dokumentieren, dass er die Debattenkultur wirklich hochhält und nicht durch zu viele Zwischenrufe die Debatte stören. Also als nächstes.